Sie sind die Ballermänner der Liga. Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang. Der eine spielt für den FC Bayern, der andere für Borussia Dortmund und diese Saison läuft es für beide wie am Schnürchen. Nach dem 10. Spieltag in der Bundesliga stehen die zwei Top-Stürmer jeweils bei 13 Toren. Doch Aubameyang konnte drei weitere Treffer auflegen, Lewandowski nur einen. Damit steht der Dortmunder in der offiziellen Scorer-Liste sogar vor dem FC Bayerns da. Dafür brauchte der Pole in Diensten des FCB für seine Ausbeute ein Spiel weniger als der Gabuner vom BVB. Wenn Levi und Oba ihre Form behalten, dann steht der Bundesliga ein Kopf-an-Kopf-Wettschießen um die Torjägerkanone bevor. Fakt ist auch, mit Top-Leistungen in Dortmund haben sich schon in der Vergangenheit Spieler wie Mario Götze und eben Robert Lewandowski für den FC Bayern empfohlen. Beide wechselten aus dem Ruhrgebiet an die Isar. Mit seiner Torquote wäre auch Aubameyang sicherlich ein Kandidat für den FC Bayern. Doch auf eine Wiedervereinigung von Levi und Ober müsste man sich in München noch etwas gedulden. Der 26-Jährige hat seinen Vertrag bei Schwarz-Gelb erst vor der Saison bis 2020 verlängert.